Was ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben? Können Sie sich den mal angucken könnten? Ja, gerne. Aber warum liegt überhaupt Stroh? Und warum hast du eine Maske auf? Wegen dem Staubomfeld. Ich dachte, Sie wären Elektriker. Sicher, sicher. Aber auch Bauer. Ich habe schon dreimal den Landwirtschaftssimulator durchgespielt. Ich bin voll der Profi. Oh, dann können Sie bestimmt auch noch mein Stroh pressen. Oh, kein Thema. Ich hole gerade den Dreck. Dankeschön. Pappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappapp Pa-pa-pa-da-bo